Die Übung heißt Pike und wir machen die Einsteiger-Version mit geradem Rücken. Du lässt deinen Rücken gerade, du lässt deine Schultern über deine Hände kommen, du aktivierst deine inneren Oberschenkel und kommst mit dem Pedal ein kleines Stück hoch. Aber du lässt deinen Rücken gerade und dann senkst du wieder nach unten ab. Atme mal aus auf dem Weg nach oben. Mit den Händen auf den Oberschenkeln oder auf den Boden oder du kommst hierher. Jetzt beugst du das hintere Bein und streckst es aus. Pump mit diesem hinteren Bein und natürlich aufstützen oder hier ist es natürlich leichter. Guck, was für dich geht. Für einen Chestlift ausatmen, heb den Kopf an, rolle hoch zu deinen Schulterblatt spitzen und einatmen, senkst du wieder nach unten ab. Ausatmen, lass dein Brustbein sinken, schieb deine Füße in den Boden und in der Mitte.